Ich dachte jetzt schon, ich muss, äh, bewegen, aber das würde er selber machen. Okay, wir sind jetzt mit Wuben da unten. Der ist mit dem, wo wir es werden. Da ist ein Gole! Lucas, can you hear me? Even though I'm whispering, Jesse? Is that you whispering super loudly? Lucas, over here! Ähm, nein! Geh fort! Was? Was für ein Buf! Was für ein Buf! Ist dir eine besser? das schon mal jetzt gehen wir in die Flasche vielleicht können wir ihn ablecken irgendwo dein... aaaah jetzt, Lucas, ruf! jetzt, geh, lauf! oh, Jesse! Mache Eier, Junge! okay, hätte ich nicht gedacht, dass er sich von dem Schwein ablenken lässt, aber okay das passt ja gut, Ruben okay, Jesse, komm mal! let's go! thanks for coming back for me I didn't know if anybody was going to no man left behind, that's my motto guess I owe you one ja, kein Problem ich komm darauf zurück ich Oh, ja. Heh. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, nein. Ich hab's nicht gesehen. Verdammt. Aber jetzt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, ich hab mich schon wieder verkacken. Ich pass auf die Geschichte auf, du kriegst da nicht mit. Ähm... Retreat! Retreat, ich sagte! Retreat! Sie hat es verloren verloren. Oh, keine Ahnung, meine Freunde. Ich habe eine Elixir, die zerstörte diese creature. Das Potion, ist das? Oh-oh. Nein. Oh, was? Es ist unmöglich. Es sollte funktionieren. Ich habe so viel gehalten. Oh, was? Das ist das? Nein. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Die Blocke entdeckte. Die Blocke ist nicht möglich. Es sollte nicht so sein. Eivor, du gehst hier zurück! Jesse, helfen mir! Ja 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 ja! Danke. Ich habe immer recht auf eine Sache. Ich kann nicht das. Nicht auf meine eigene. Alle sind weg. Except für dich. Willst du mich helfen? Ich muss nach dem Garten. Aber was muss passieren? Ich kann nicht alleine. Natürlich! Seid mich! Auf geht's! Jetzt... Ist die Kacke richtig am dampfen. Ey, 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 ey. Out of my way, Chickens! Ich will Chickens! Alter, wie groß er schon geworden ist. Oh, Mann! Oh! Wait! Hey, I'm up here! Somebody help me! Guys! Donner! Ach... Los! Raus da, Jesse! Raus da! Boah. Oh! Oh... Oh... Oh, yes eh! Lucas! Holy crap! Oh Mann! Wenn ich noch in diesem Basement war... Danke für mich zurück, Jesse. Ich wäre nicht hier ohne dich. Jesse! Warte! Warte! Wir müssen zusammen bleiben! Jesse, hilf mir! Oh nein, oh nein, oh nein! Ah! Ich hab's leider nicht gesehen, ey. Oh, 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 oh! Klar, wir kriegen sie! Los, hol Petra, oh, Petra! Wir haben sie! Wir haben sie! Oh, das war... Haarscharf! Wir müssen aus meinem Fortressen gehen. Wir werden dort besser beschützen. Auf geht's! Robert! Ja, das ist schon jetzt mal drinnen. Ja, das ist schon jetzt mal drinnen. Alter, das Vieh! Achso, okay. Jetzt müssen wir ausweichen. Sehr gut. Ähm, ähm, ähm. Neuin! Neuin! Ja, verdammt. Verdammt. Okay, nochmal. Ja, hätte ich nach links gehen müssen. Okay, der Strahl kommt da, also locken wir nach links. Jawoll. Okay, er sucht uns. Er sucht definitiv uns. Ich bin schon wieder eingefallen, nicht Trott. Ich bin schon wieder eingefallen, ich bin schon wieder eingefallen, ich bin schon wieder eingefallen. Ich bin schon wieder eingefallen, ich bin schon wieder eingefallen. 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 Ich bin schon wieder eingefallen, ich bin schon wieder eingefallen. 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 Ich kann sie nicht mehr retten. Ich kann sie nicht mehr retten. Ich kann es nicht mehr retten. Wir müssen die anderen finden. Die anderen? Soren hat sich seit Jahren verloren. Aber die anderen? Du musst sie herausfinden. Gehe diesen Ambulat. Und schiebe ihn mit deinem Leben. Du kannst das machen. Was? Warum ich? Ich glaube in dir. Gehe den Amulat. Gehe ihn durch den Portal. Und dann... Oh nein! Let's die! Jawohl! Du beide. Gehe durch den Portal und mit den anderen. Ich werde hier und mache was ich kann. Vergiss das Petra. Gehe, Jesse. Gehe durch den Portal. Jetzt! Ich bin nicht ohne dich. Die Gang braucht dich, Jesse. Gehe durch den Portal. Wenn irgendwas passiert, ich werde dich in dem Tempel treffen. Wir müssen mitkommen. Nein, Petra! Gehe hier wieder! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen mit retten. Ah! Lucas! Gehe! Ah! Gehe verdammt noch mal! Oh nein! Wie dem Petra, wie dem Petra? Weil sie unsere Freundin ist. Danke, Jesse. Gabriel ist noch da oben. Jesse! Gehe! Nein! Ah! Ah! Auuu! Verdammt! Alter, wo sind wir denn hier gelandet? Jetzt kein Rocket League. Weiter. Geh fort. Leider. Es war nicht meine Schuld. Du hast Angst, und es ist nicht deine Schuld? Geh weg, Axel. Wir müssen zurück. Nein. Wir müssen nur warten. Denken Sie, was du in die Hand gehst. Es gibt nichts, was du kannst. Du wirst nur auf dich getötet. Du wirst nicht wissen, du wirst nicht wissen. Hey, da ist sie. Komm schon, komm schon. Oh, nee. You again. Alter. Ähm, ja. Er hat es zerstört, und trotzdem geht er Arm noch zurück. Muss ich das verstehen? Ich weiß nicht. Eigentlich hätte er abfallen müssen. Und jetzt ist es brutal kaputt. Das ist doch wurscht. Ich weiß nicht, wie du dich schon. Es gibt nichts, was du in die Hand gehst. Es gibt nichts, was du mit dem Withersturm. Warum sind wir die Zeit, mit dem Withersturm zu sprechen? Wir müssen gehen und holen Petra. Die Frau. Ich habe sie gesehen. Was? Während ich mich nach dem Portal, habe ich sie verletzt. Sie war in die Richtung der anderen Seite. Such braverie. Natürlich. Es gibt eine kleine Linie zwischen braverie und stupeidität. Oh, ja. Und deine Freundin hat es verletzt. Du bist ein verdammt. Vielleicht. Aber ich überlebt. Und das ist das, was funktioniert. Es gibt mehr zu Leben als Überleitung. Kein Überleitung, es gibt keine Leben. Durch diesen Tunnel ist ein Netzwerk von Minecarts gebaut von der Ordnung der Stöhne. Es ist dein nur Weg raus. Wir sollten das so gehen. Zeit ist verletzt. Los geht's. Was ist das? So ein Arsch. Gast! Let's get out of here. Run! So, pig. This must be what Eibor was talking about. Quick! Kaidai. Let's go. Everybody, hold on! Out of the Foying und mehr statt nicht da. Kann ich nicht lesen. Yeah, that is a lot of lava and fire and other things that could burn you to death. Hier ist einfach alles tödlich. Oh, no! Oh, that's a drop. That is very, very much a drop. Haha, hey, did you look? Oh, crap. You weren't kidding. Here we go. Achterbar! Uuuuuhh. Wechsel back, bitch. Geil! Achter! Oh, no! Zuckeln! Boah. Noch mal! Alter Schwede. Okay, so, I'm not the only one seeing that we're running out of track, right? No? Good. Jesse, that switch. Now, do it. Oh, arms don't fail me now. Wow. I thought something bad was gonna happen there, but I guess everything's gonna be... Whoa, Jesse! Oh, wait! Oh, man! Uh, Axel? Olivia? Ruben? Uh... What? Hang on, Ruben! Uh, I need Axel. Ed. Ruben! Okay, Ruben, remember how I said everything was gonna be just fine before? I know I was wrong then, but I have a very good feeling about it. Whoa! Oh, no. Duck! Fuck! Oh! Ah, fight! What the hell? Ow! It's a flu. Nice! Yes! Well, Gass are officially crossed off my DC list. Done with Gass. Never need to see them. Oh, man. Okay, it's a little right back. This is bad. This is bad. This is bad. This is bad. Woo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo! Hi. Is... Is... Is everyone okay? I mean, I'm not dead. I guess that's pretty good. Ditto. Ditto with the not dead. I just can't believe that Petra comes down here all the time. This place is awful. Oh. Why? I'm too blind. Hey, speak for yourselves, you afraid cats. Ruben and I handled ourselves just fine. Is that right, Ruben? Is that right, Ruben? Oh. Oh. No. You screamed like a piglet. It's who did. I love that pig. Riesig. Oh. Ah, that's deep getting it so often. Do you throw up, like, inside your body? Uh-huh. I know, because I just did. About five times. Wow. Look at this place. All these tracks converge at this point. You could probably get anywhere in the world from here. There's the portal. This is what Gabriel was talking about. That's our way out. Oh. It must lead back to the surface. The surface is also where that creature is. Oh. He's right. We have no idea what we're walking into. It could be dangerous. Yeah. But we have to do it. We have to help our friends. And help. Thanks for being so brave, Axel. All right. I'm gonna go. I'm going. I'm going right now. Like right right now. I just need to make sure I have everything I'll need. I'll go first. That's not what I was saying. I'm going. Well, if you absolutely insist. No problem, man. Well, you guys on the other side, I guess. Be careful. Thanks, Jesse. YOLU. Go. See, guys. See you in the next video. See you later. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017